ja 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 also erster und soll ich euch drei coole Spiele zeigen auf dem Terminal also ihr müsst dafür nichts inszenieren oder so ihr geht einfach nur einen Terminal ein und macht das was ich euch sage oder halt eben auch nicht also ihr seid im Terminal und da gibt jetzt ein e m a also e max e max, wo größe ich enter so und jetzt drückt ihr escape so jetzt drückt ihr einfach x und schreibt gleich dahinter für das erste Spiel Tetris enter und das könnt ihr hier Tetris spielen also mit der Tastatur naja das will ich euch jetzt auch nicht so lang zeichnen ich denke mal bis der Tetris gespielt wird okay und dann jetzt das zweite Spiel da geht wieder e max ein enter escape x und gleich dahinter dann snake snake so enter jetzt habt ihr hier so eine Schlange also snake werden natürlich die meisten von euch kennen müsst ihr dann halt diese roten Teile hier einsammeln und sammeln ja das war ich auch die meisten so und jetzt kommen jetzt kommt zum dritten und dem äh letzten und dem besten Spiel wie ich finde auf dem Terminal also er geht wieder da e max ein enter escape x und dann einfach pong äh pong enter und jetzt habt ihr hier so ein kleines Telespiel so also das könnt ihr auch zu zweit spielen ähm auf der Tastatur mit den Pfeiltasten wieder und zwar einfach mit der der rechte ist die Pfeil hoch und runde Taste und der linke der ist halt rechts und links die Pfeiltasten also das seht ihr jetzt hier der rechte so und so könnt ihr das dann halt spielen wenn ihr Lust dazu habt und hier unten steht auch score 1 0 also für den Linkenspieler und wenn ich jetzt mal hier ein Teil reinlasse dann steht jetzt hier unten 1 1 ja das wird es eigentlich auch schon wieder mal gewesen sein mit dem Terminal Tutorial ich würde mich freuen wenn ihr abonniert und kommentiert bis dann tschau